Ahoi Leute und Willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 4 The Last Revelation. Wir sind hier in den Beryl Chamber, sind glaube ich das letzte mal hier in den Mund reingeklettert, habe ich mir recht im Sinne Und jetzt gehen wir weiter Ist hier ein neues Level oder ist hier einfach nur runter? Ich denke mal so ist angenehmer für uns alle Erstmal Waffen ziehen und gucken Das sieht mal wieder richtig spaßig aus worauf ich richtig Bock habe Okay, da hinten sind Klingen, da sind Klingen, da sind Klingen, da sind überall Klingen, ich hasse Klingen So ich könnte jetzt irgendwo hinjumpen direkt, zum Beispiel hier nach links, aber ich glaube da können wir sonst nicht mehr hin Das heißt, äh, Quick Save, zack Okay, es klappt nicht so gut, so viel mehr, nein Jetzt kommen wir doch nicht mehr hoch, oder? Vielleicht wenn wir hier rauf klettern und dann Ich muss länger gedrückt halten und dann einmal umdrehen und den Laufsprang versuchen, das könnte vielleicht helfen Es würde gehen tatsächlich, aber ich glaube es ist leicht, wenn ich einfach lade und dann nochmal hingehe Ihr macht wieder Geräusche, lustig So Dann speichere ich hier nochmal am besten Kurz Secret gefunden Irgendwie ist die Beleuchtung praktisch aus Oder es liegt einfach in dem Raum, weil, also, Leather Croft Society ist einfach nur noch hell Und nichts, was sie sonst war irgendwie Okay, jetzt, jetzt sehen wir die Beleuchtung besser aus, also Sieht halt immer noch alt aus, aber nicht mehr komplett beschissen Ähm Ich denke mal, ich soll hier rumklettern, aber ich kann hier einfach durch die Dinger durchkrabbeln Okay, mal versuchen gleich So erstmal speichere ich jetzt, weil ich habe ja gerade das Secret da geholt Und das Secret, gut Okay, das war ein bisschen weit für meinen Geschmack Okay, da brauche ich anscheinend irgend so ein Ding Was ich nicht habe Naja, das habe ich noch nicht Okay Okay, da komme ich anscheinend irgendwie runter Wie es scheint Hier Nämlich Oh Gott, das war mein Fehler Ach Aber ein Fallschaden genommen, weil ich dumm bin Okay, hier ist eine Mumie, das gefällt mir nicht so gut Und das bringt mir auch eigentlich nichts, weil Da kann ich nichts machen Da unten Weil das ist ein Gitter Und also auf jeden Fall ein Ziehstab Also, Ziehstab Weiß nicht, ob das richtig geworden ist Und hier so ein Ziehseil Oder irgend so ein Schalterdinger wäre Mein Güte Ähm Komme ich an das andere ran? Also wir haben ja schon mal so ein Ding gehabt mit uns im Stern Aber ich glaube, da kommen wir nicht ran, weil wir sonst nicht Durch Oder kommen wir da hin? Müssen wir jetzt wirklich nochmal komplett zurück Das kann ich mir nicht vorstellen Weil Das haben wir benutzt Bei diesem Mechanismus Wurden diese komischen Dinger ausfahren Diese Spikes sag ich mal Wurden diese Sich drehenden Ähm Klingen Und die waren vor Den Mumien räumen Aber ich glaube, wir könnten da theoretisch jetzt wieder zurück Oder auch nicht Weil hier Wenn wir zurück können Ja, gut, wir können nicht zurück Das heißt, wenn ich das mitnehmen hätte sollen Macht das Spiel einen echt scheiß Job Um es, ohne es mir zu sagen Also das ist mir nicht sagt Das ist halt echt scheiße Okay, wir können da vorne auch noch klären, sehe ich gerade Da ist ja auch eine Kletterwand Warte mal, kann ich hier direkt so einen Sprung hernehmen? Wahrscheinlich, ne? Und nicht mal falsch schauen, interessant Weil ich hätte erwartet, dass ich jetzt so versterbe Wie immer ein Tomb Raider oder so Ist ja immer so, dass ich Ähm Einfach Also einfach sterbe Also wenn ich es nicht erwarte Ahm, dann gehen wir auch mal so zurück Dass ich da nicht früher drauf gekommen und dass ich da einfach hoch klang Das ist nicht ganz was mich vorstellt, aber so geht es auch Okay, hier ist auf jeden Fall schon mal so ein Sternding Das heißt doch eigentlich immer, dass das irgendwie so ein Aua ist, oder? Okay, anscheinend nicht Hier können wir nichts machen Da ist ein Schalter Und hier hinter ist Nichts ist dunkel Also einfach nur ein bisschen Schatten Ich kann zum Glück erkennen, dass da nichts ist Ähm So, dann einmal speichern, bevor ich hier irgendwas mache Denn wahrscheinlich passiert sowas doofes und ich muss irgendwas machen und das mag ich gar nicht Ich hoffe nicht, es gibt hier nur irgendwie auch einfach Zeit, irgendwie so ein Rennen oder sowas Okay, das sehe ich Dass das unten ist Lass mich raten, wenn ich jetzt runterfalle, sterbe ich? Weil jetzt die Klingen ausgefahren sind Nein, okay Ist sonst noch was aufgegangen? Das ist zu, das ist auf und ähm, dann halten wir vorne noch was, ne? Da was runter ging, das checke ich jetzt mal nicht So, kurze Realisierseberprüfung Ich speichern und will gucken, ob ich hier durchgehen kann Okay, ich kann hier einfach durchgehen, interessant Das jetzt auf Weiß nicht, ob ich das mag oder nicht Müsst du hier nicht bei dem Raum sein, wo ich eben gerade schon war? Weiß ich nicht Okay, hier gibt es tausend verschiedene Okay, mit tausend meine ich zwei Zwei verschiedene Hebel Ich würde mal sagen, drücken und drücken Warum, also wie auch immer ich die anderen drücke Gut, er schreibt mich halt wieder Fühle ich sowas? Okay, ich habe keine Ahnung, was passiert ist Aber ich glaube, das Ding dreht sich gerade Ah, okay Und jetzt Könnten wir das mit Also jetzt sind wir hier gerade vor dem Schalter, der sich jetzt zurückdreht Und das da oben ist der Schalter, den wir gerade gedrückt haben Ich bin verstehen Weiß ich jetzt nicht, ob ich das so cool finde, dass hier das dreht Da bin ich eigentlich kein großer Fan von Aber bevor ich was mache, erstmal speichern Machen wir einen neuen Slot So Was ist das? War hier das Secret? Ich glaube, hier müsste das Secret gewesen sein, oder? Ne, da geht es in den Raum rein Wo ich erstmal nicht rauskomme Moment ja, das Secret wäre dann da gewesen Ich glaube, nehmen wir uns, wenn auf der Seite Ich habe gar keine Ahnung mehr Ich bin richtig schlecht, mir sowas zu merken Ne, doch Wir kommen Da raus Dann bin ich da rauf gesprungen, dass halt da vor mein Kopf wäre das Secret gewesen Und da ist der normale Weg Das heißt, wir müssen jetzt wahrscheinlich Ähm, nach da unten Wenn ich das richtig interpretiere War hier nicht die Mumie? Ist das nicht der Weg nach unten? Ja, weiß ich nicht mehr Auf jeden Fall ist das nicht das, was ich machen wollte Oder ist das das? Ich habe gar keine Ahnung Und wir wollen, glaube ich, da hin Dafür brauchen wir aber das Ding, was da unten liegt Ich kann nochmal hier rauf gucken, ob ich hier was finde Aber wie es aussieht, nein Ja, da ist nichts Ich könnte versuchen, da rauf zu springen, ob wir da sowas bringen Vor allem ist auch kein richtiger Es sieht nicht aus wie ein Obwohl doch ist ein Felsen Ich dachte gerade, dass hätte das ein bisschen klein Aber ne, da könnte ich wahrscheinlich schon rauf Ich kann da rauf Ich kann aber nie erkennen, ob da irgendwas ist Hm Gut Wie mache ich das am klügsten? Weiß ich noch nicht Ich mache mal einen kurzen Cut So, da sind wir wieder Kurz mal rausgelaufen Und ein bisschen bewegt, weil die Uhr gemeckert hat Und Wir gehen jetzt nach da unten, würde ich sagen Weil das einzige Weg, den ich gerade so sehe Oh, das war knapp Ich glaube, wenn ich da runtergefallen werde ich ein bisschen Falsche haben bekommen Oh, das ist auch knapp, dass ich hier nicht verbrenne Kann ich hier einfach runterfallen Gibt es hier irgendeine Ecke, an der ich mich festhalten sollte? Ich weiß es nicht Ich versuche mal auf dieses Ding zu landen Ich weiß, ob das mal ein Fall gebremst hat Ich glaube nicht Das brauchen wir gleich Dann müssen wir das Ding noch zurückdrehen Dann können wir das auf dem normalen Weg einsetzen, würde ich sagen Und jetzt müssen wir Hier lang Können es sein, dass wir jetzt zu der Mumie kommen Ich habe ein Geräusch gehabt, was ich nicht so cool finde Also allgemein nicht der größte Fan von Indien Ah, jetzt hat sich hier wahrscheinlich irgendein Ding ab und noch geöffnet Ähm Wir müssen jetzt Da hin, oder? Ne, das runterfallen war es nicht Wo müssen wir jetzt hin? Oder muss ich jetzt das Ding irgendwo suchen? Da muss ja irgendwo auf dem Boden sein Ich meine das war War das nicht hier auf dem Boden? Doch eigentlich schon, weiß ich nicht Hm Hm Das Zeltnis ist offen Ich denke dann muss ich da hin Würde ich mal behaupten Ähm Okay Ähm Ich denke dieser Sprung werde ich verkacken Ist er safe? Ne, zum Glück nicht Mit den Parts kürzer halten muss ich mich eigentlich nicht mehr Ich habe hier schon Ja gut, ich wusste, dass ich irgendwas verkacke Ähm Ja, weil ich habe eigentlich so die kritischen Parts schon fertig Der hier ist jetzt für den Tag, nachdem ich wieder interd haben sollte Also zur Noten kann ich den auch noch schnell abends hochladen Das ist dann eine Stunde hochladen oder sowas Ach, meine Fresse, ist ein scheiß Sprung Also mit 50.000 Uhr hochladen Schon in Ordnung Moment, das war ein Fehler Ich dachte ich bin, äh Vorher gespeichert Ne, nachher gespeichert Vor dem Abgrund wollte ich eigentlich sagen Ja Und 50 reicht halt zum hochladen So eine Stunde oder sowas Das ist kein Problem Aber halt 10 Stunden oder Sind es 10 Stunden? Ne, ich glaube nicht Ich glaube eher so 5 Stunden ist halt auch scheiße Ein bisschen über 5 Stunden war ich glaube ich vereinbart So mit dem jetzigen Internet Aber Da ich jetzt einen Termin habe Ist ja jetzt so alles immer so stressig Das hatte ich ja auch schon vorher Ich glaube seitdem ich aufgenommen habe Wusste ich es halt schon Beide Projekte Hier spreche ich nochmal ab Ähm Ich hoffe hier ist auch so ein Genau hier ist natürlich nichts Soll ich da so irgendwie heranspringen oder was? Soll ich da so irgendwie heranspringen oder was? Okay, da kann ich auch einfach runter fallen Zack, zack Da muss nur Alpa sagen Wenn man zu viel Speed drauf wird Dann geht es ja nicht mehr Alpa Wie nennt man das? Okay, hier ist der Raum wo ich schon drin war Den meinte ich Hmm Es sind zwei Lalalala, ihr seht mich nicht Hä, jetzt dreht sie jetzt zurück? Was hat das andere Ding vorher gemacht? Was auch einfach zurück drehen? Frage ist natürlich nur wie ich jetzt wieder rauskomme Mit den beiden Typen die mir auf die Fresse hauern wollen Sehe ich ehrlich gesagt noch nicht so ganz Okay das ist jetzt offen Vielleicht ignoriert er mich ja nicht einfach über den Rüberkletterer So lange ist er Oh nope Fuck this shit I'm out of here Vielen Dank für das Gespräch, netter Herr Weiß ich gar nicht Mumie? Mumienzombie? Es ist ja im Endeffekt eine Mumie Aber ist es ein Mumienzombie Ding oder was? Weiß ich nicht genau Ich dachte ich müsste jetzt noch da runter Aber ich denke mal das hier wird jetzt Was aufmachen Ah ne Um Leute vor uns brauche ich nicht gerade Ich brauche heute das Ding Ich habe nicht geguckt was es ist wenn ich ehrlich bin Super ein Seil Es gibt nichts besser als ein Seil in diesem Spiel Juhu So Ähm Also wenn man das Seil Wenn man weiß nicht was man benutzt Ist es gar nicht mehr so zum kotzen Aber es ist halt trotzdem irgendwie Nicht so cool So dann speichern nochmal ab Dann den Sprung werde ich safe Nicht verkacken Geil Weil man kann sich ja irgendwie einfach so drehen Und dann kann man ja über Okay gut Das Seil ist funktioniert Er ist nicht ganz zum kotzen Okay Soll ich einfach ignorieren und nicht mitnehmen Das sehe ich gerade mehr Aber na ich glaube Leroy möchte das Ding unbedingt haben Meine Fresse ihr dumme Mistviecher Wolle ich Ich lasse es mal jetzt so Hier Hier schon wieder habe ich einen metallischen Geräusch Die haben mir nicht so gut gefallen Also in so welchen Räumen zu kämpfen ist halt echt scheiße mit diesen Viechern Und man läuft sich auch echt schnell mal wieder fest Okay sind wir hier wieder draußen Wofür brauche ich das Ding hier jetzt? Also ich frage ob ich hier wirklich hin will Wir können doch mal in dem Raum gucken nach oben Vielleicht gibt es da noch einfach einen Santos Also in dem hier Das sah für mich so aus als würde es hier vielleicht Nein Nö okay Zieber seht ihr auch eigentlich aus? Das heißt ich versuch's erst gar nicht So Wow ich sehe mal wieder Legit nichts Okay hier war ich doch Und ich bin dann hier rüber gelaufen und dann da rein ne Und jetzt gibt es noch diesen Weg hier Weil da hinten waren Vor allem am Anfang des Parts Und hier gibt es eine kleine Kletterei Bin ich nicht der größte Fan von? Also ich finde auch so diese ganzen übernatürlichen Sachen in dem Spiel nicht so cool Also so Schatzsuche und Also Selbst die Dinosaurier fand ich cooler als jetzt Mumien Die Dinosaurier okay Kann man sagen Die gibt es vielleicht dann noch Also macht natürlich keinen Sinn dass die da sind weil Da gibt es halt nicht genug zu essen für die Den ich noch nicht mal gekonnt Und dann würden die halt verhungern aber Macht halt noch irgendwie Sinn dass in so einem Abgelegensten Urwald vielleicht noch so ein paar Viecher davon rumlaufen anstatt irgendwelche Mumien Okay das Ding boah das weiß ich Und zwei von dir anscheinend Wahrscheinlich werden beide sofort wach ich das Ding hier klauen ne Hm Das gefällt mir jetzt gar nicht mal so gut Aber gekonnt ausgewichen Ähm Okay Also ganz ehrlich wer denkt sich so eine scheiße aus das ist ein komplett beschissenes Game Feature Hä Warum Das ist so scheiße gemacht Hey wir schmeißen dich in den Raum rein und du stirbst halt wenn du nicht in 0,4 Millisekunden raus bekommst was du tun sollst Weil ich war erstmal so mich festzuhalten weil ich nicht wusste wie es da weiter geht Klar man hätte jetzt sehen können Dass es hier viel leicht ähm Gleich Sand ist Aber das ist halt zum kotzen Moment ich kann ja sprinten ne Und ich hätte wahrscheinlich Diven können und Gab es noch irgendwas Okay ja also Sprint ist einfach so Ist halt also ich finde Sprint sollte man nicht für das Spiel benutzen weil es einfach Schlecht zugänglich ist Weil dafür muss ich praktisch über die ganze Tastatur immer wandern Um diesen scheiß Knopf zu drücken Ich weiß nicht ob das Spiel damals mit Controller gespielt wurde Es gab hier so Joysticks Joystick Dinger Okay hier haben die auch extra ein HP-Kit hingepackt Falls man da ein bisschen mehr Schaden gefressen hat Schon verständlich Gibt es hier noch was? Warte mal wir kommen von da oben ne Oder komm ich von hier? Ich bin mal ein bisschen lost Ja und ich komm von hier ne Ja von da komm ich Okay Dann haben wir mich grad ein bisschen verguckt Dann bin ich hier Hier lange okay Dann waren Hier die HP Ah okay Ich bin da mal im Kreis gelaufen Gut Ja Problem damit lösen Ich bin einfach nur dumm gewesen Wie so häufig bin ich das Problem Nicht das Spiel Obwohl dieses Spiel halt wirklich auch einige Probleme hat Und einige Szenen die halt wirklich scheiße sind Das sind einfach so Sachen Jo ein Fehler gemacht Dann kannst du das Spiel neu laden Geil Ich mag es eigentlich wenn man das Spiel so durchspielen kann Ohne zu sterben oder sowas Kann man hier natürlich auch Wenn man wirklich gut ist Aber ich finde das cool wenn man das so machen kann Wenn man nicht so der Mega Profis Sondern einfach nur Äh Ein bisschen spielen möchte Okay wir haben jetzt die beiden Sachen gefunden Das heißt Wofür brauchten wir die? Oder brauchten wir die Ne hier oben Hier oben ging es Also hier oben war am Anfang des Parts ne Ja hier war der Raum mit den beiden Doggos Und dann gibt es noch den Raum unten Und ich glaube da waren die Dinge Aber ich bin mir nicht sicher Weil Auch schon wieder Einen Tag her Aber ich würde sagen Ich sollte jetzt sehen wir nächstes Mal Ich hoffe es euch gefallen hat Bis zum nächsten Mal Haut rein, ciao